Der Regierstänke, der 1. Dezember, der 1. Januar in Tobla, die Strecke sind perfekt für Paris, die Organisation ist perfekt. Keinen Ball an die Athleten umzufeuern und nicht vergessen, am 11. Januar in der Skimaraton kann jeder selber mitten. Ich bin auch dabei und wir sehen uns am Start. Wie es denkt, wir sind kurz vor und durch den Skistart. 31. Januar in der 1. Januar im besten Zustand. Dann können wir Ihnen helfen, weil ohne Sie war das gar nicht möglich. Ein ganz grosses Highlight heute ist der frustartoe Skirmaraton im 11. Januar. Auf die pläzise Augen. Schreibt uns, dass Sie auch viele Likes haben. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.